Jakob Böhmer ist mir dreimal am wichtigen Sinn begegnet. Das erste war eine Nichtbegegnung im Rahmen meines Philosophie-Studiums, da kam er nämlich nicht vor. Das zweite war auf dem Wanderweg in Oberlausitz, da gibt es ein Schornebo, das heißt übersetzt der schwarze Gott, und nicht weit davon, von dem Gipfel, steht am Wanderweg ein Stein, und da steht dieser Satz von Jakob Böhme drauf, vielleicht ist er damals auf seinem Weg von Görlis nach Dresden der Land gewandert, weiß man nicht genau, was steht da dieser Stein, wer immerhin hingestellt hat. Und als ich irgendwann, es war eine Neujahrswanderung zum Schornebo, 1998, 1999, wie der Stein auffiel, wurde mir bewusst, dass dieser Satz, dem Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit, der ist befreit von einem Streit, dass der etwas ausdrückt, was man so in der, ich sag mal, zukünftigen Philosophie, die es zum Teil schon gibt, komme ich noch darauf zurück, das ist so integrale Philosophie, prägte John Gebser, einer der Vordenker, den Begriff Zeitfreiheit, das heißt, eine Fähigkeit des Menschen von morgen mit der Zeit, als eine Befindlichkeit, mit der wir im Sein sind, die uns in der heutigen modernen Welt sehr gefangen hält, man spricht da auch heute von der Beschleunigung, vom Stress der Dinge, dass wir also eine Fähigkeit erlangen werden, die Zeit das nicht wieder abzuschaffen, aber frei damit umzugehen, sozusagen diese Welt in ihrer Materialität schon zu nutzen, für unsere Freude, aber zugleich innerlich frei davon zu sein oder souverän damit umgehen zu lernen. Das heißt, es wurde mir schlagartig bewusst, dass da ein Stück integrales Denken darin wohnte. Und die dritte Begegnung war dann, glaube ich, ein Jahr später, als ich durch Görlitz kam und wir damals nach dem Tod meines Freundes und Lehrers Rudolf Barrow nach Bad Flinsberg, das ist 40 Kilometer weiter, im heutigen Polen fuhren, und mir dann schlagartig bewusst wurde, dass hier in der Oberlausitz fünf Philosophen geboren wurden, eben Böhme war der erste, dann kam Lessing, dann kam Fichte, Lotze in Bautzen und Barrow da in Polen, die alle eben genau das ein, dass sie das, was ich dann kurz noch ein bisschen näher erläutere, als integrale Philosophie, alle auf ihre Weise neu in die Welt gebracht haben, jedes Jahrhundert einer. Und kurz, dieses Integrale heißt sozusagen, dass wir die Außenwelt erfassen, betrachten, aber sie nicht mehr getrennt von unserer Innenwelt, von unserer Seele, die, wie ich in den Krug sagte, irgendwann mal abgeschafft wurde, für die moderne Welt, nie wieder zusammendenken. Und das war für mich sehr erstaunlich, dass also hier immer wieder Geister aus dieser Erde wuchsen, die das für ihre Zeit in ihrer Sprache ausdrückten. Und das hat mich dann so fasziniert, sodass dann im Pomritz daraus diese Ausstellung, wo dieses Flyer hier liegt, Sophia, wo drüben die Vities zu sehen sind, daraus entstanden ist, indem einer unserer Künstler, indem ich zuerst diese kleine Ausstellung organisierte, zu diesen fünf Oberlausitzer Philosophen, auf einmal zur Philosophie kam und dann halt anfing, zu jedem großen Philosophen der Weltgeschichte so ein Kunsterlebnisobjekt zu basteln. Also insofern war Böhme dann in der dritten Begegnung Ausgangspunkt auch dieser Ausstellung. Gut, und ich habe mich dann immer hin und wieder weiter mit ihm beschäftigt, hatte dann noch zeitweise zu tun mit diesem Jakob-Böhme-Institut und habe mich dann wieder abgewendet, weil das halt Böhme mehr in diesem Sinne, wie Reifkleider es schon ausdrückte, als eine Art totes Wissen behandelt und nicht als etwas Lebendiges, was dazu dient, also uns ein Stück lebendiger und freier zu machen. Gut, und in dem Sinne werde ich versuchen, in diesem lebendigen Sinn noch ein paar ergänzende Sachen, zu dem, was Reif schon vorstellte, ihm nahezubringen. Thomas Brunner hat in diesem Flyer, der ausgeteilt wurde, ja schon kurz, finde ich, sehr schön ausgedrückt, darauf hingewiesen, was nur das, wie hat er es genannt, worin nun liegt der Kern der in seiner Zeit so viel Aufsehen erregenden Lehre Jakob Böhmes, es ist die Stellung, die er dem Menschen in der Weltentwicklung zuspricht. War das ganze Mittelalter hindurch der Mensch ein auf die Erde gestelltes Geschöpf Gottes, als dessen alleinige Aufgabe es galt, sich wiederum dem Himmel würdig zu erweisen, so erkennt Böhme dem Menschen selbst seine Verantwortung an der Verwandlung der Welt und seiner selbst zu. Der Mensch ist nicht mehr nur von Gott an seinen Platz gestellt und damit gattungshaft an seinem Stand gebunden, sondern nun steht er als individueller Mensch verantwortlich im ganzen Weltgefüge, im Spannungsfeld von Natur und Geist. Also finde ich Thomas sehr schön den zentralen Punkt auf den Gebrüsten gebracht, auf den ich jetzt auch noch ein Stück eingehen werde. Ein anderes, auch noch mal zur Untermalung, ähnliches Zitat, das finde ich nach wie vor beste Buch, was über Jakob Böhme existiert, hat man eine Griechelin geschrieben in den 40er Jahren, das war damals auch sehr gut verkauft, aber weil es doch sehr stark Böhmes Kritik der Kirche ausdrückte, glaube ich, wurde es dann vom Markt genommen. Und darin, also ähnlich gesagt, der Mensch ist das größte Geheimnis, das Gott gewirkt hat, sagt Jakob Böhme leise und mit einem Schauer in seiner Stimme, er trägt Gott in sich und den Teufel, aber welchem er sich zuneigt, dessen Gefährte wird er und darin allein geht seine Freiheit. Wenn also Hegel wurde schon mal erwähnt, er nannte es, dass die gesamte Philosophie ist letztendlich ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit des Menschen, so war Jakob Böhme der, der also diese Fähigkeit zur Freiheit eigentlich in die, sagen wir mal, westliche Wissenschaft, westliche Philosophie wieder eingeführt hat. Und dazu jetzt noch ein paar Worte von ihm, also eines seiner Zitate aus der Aurora, ich hatte ja erst schon in Diskussionen den allerersten Satz gesagt, ich vergleiche die ganze Philosophie, Theologia, genau ist nochmal der Satz, samt deren Mutter einem köstlichen Baum, der in einem schönen Lustgarten wächst, und aber jetzt noch das, was ihn eigentlich zum Philosophen macht, wo er anknüpft, eigentlich an den Beginn der Philosophie, der ja einst im alten Griechenland spielte, der eben mit diesem Orakel von Delphi Satz, Mensch, erkenne dich selbst, wer du bist, eben jenseits oder aller Götter oder Bestimmungen, die der Stati übergibt. Es kann einem Mensch im ganzen Lauf seiner Zeit in dieser Welt nichts für nehmen, dass ihm nützlicher und nötiger sei als dieses, dass er sich recht lange erkennen, was er sei, woraus oder von wem, wozu er geschaffen sei und was sein Bestimmung sei. Also ich finde, es ist eigentlich die Wiedergeburt dieses Gedankens, Mensch, erkenne dich selbst, als zentrale Aufgabe der, also Bildung und Wissenschaft zu dienen hätte. Und das quasi, denke ich, macht Böhme tatsächlich, im Unterschied zu allen Versuchen, ihn jetzt als eine Art mystischen, christlichen Denker zu vereinnahmen, zum Philosophen, indem er also den Punkt auf den, auch von Thomas Brummer genannten Satz legt, Mensch, du bist etwas Eigenes, Freies und das musst du erkennen. Gut, und ich hatte erst schon gesagt, dass also diese integralen Philosophen, und sie unterscheiden von all der anderen Philosophie, die es heute in der westlichen, modernen Welt gibt, die sich eben sehr damit beschäftigt, mit der Erkenntnis der Außenwelt, mit Sprachspielen, mit Kommunikationsstrukturen, mit Systemwissenschaften, die alle wichtig sind, die alle die eine Hälfte der Welt ausmachen, aber der also die zweite Hälfte fehlt, die innere Welt, und das also bei ihm ausgedrückt, dass eigentlich der Beginn der Philosophie da im Innen liegen muss, und das Außen eigentlich dann das Beiwerk, das Illustrierende dazu sei, die Forschung muss von innen, im Hunger der Seelen anfangen, denn das Vernunft forschen geht nur bis in das Gestirne der äußeren Welt, aber die Seele forscht in der inneren, geistlichen Welt, daraus die sichtbare Welt entstanden oder ausgeflossen ist, darin sie mit ihrem Grunde steht. So, das jetzt ein paar, einfach nur wenige Sätze von ihm selbst, um nochmal auf den Punkt zu bringen, wo er tatsächlich a. Philosoph ist und b. Integraler Philosoph, in dem er also Außen und Innen zusammendenkt. Und was macht genau das jetzt heute so aktuell? Ich ersetze das mal ein bisschen jetzt mit Max Scheler, einem Philosoph um 1920, 1930, der auch relativ viel Wichtiges in ähnlicher Richtung wie Böhme versucht hat, zu denken, der Unterschied, Quatsch, das ist schon zu weit, drei große Epochen der Geschichte, dieses erste große Zeitalter nannte er eben das der politischen, Geschichte oder politische Transformation, also die kleinen Stammesverbände der Menschheit, sich sozusagen zu großen politischen oder religiös begründeten Mächten zusammenschlossen, Rom, Ägypten oder dann das christliche Weltreich, das islamische, sozusagen, wo Kraft jetzt in das vor allem meist männlich orientierter Machtstrukturen, es gelang trotzdem größere Verbände menschlicher Kommunikation zu organisieren. Er sah dann die zweite große Epoche, die der Menschheit vorbrachte, nannte er wirtschaftliche Epoche oder Transformation, also das, was wir heute erleben, und er gewann auch dem einen positiven Sinn ab, weil er meint, nur diese Wirtschaft ist in der Lage, diese aus den Reichen der Religion oder der Politik immer wieder erwachsenen Selbstbeschränkungen zu durchbrechen. Wir kennen das alle, wie heute, ob man das Christentum, der Islam, ob China, ob Russland, die USA, also immer noch diese sich kulturell oder national definierenden menschlichen Einheiten sehr viel Energie darauf verwenden, ihre Grenzen zu bewahren, sich von den anderen abzugrenzen, und er meinte, es ist wahrscheinlich statt Sache nur die Aktivierung einer bestimmten Interessenkonstellation, die die Wirtschaft macht, die einfach das querschießt, die also dafür sorgt, dass wir heute weltweit Coca-Cola trinken und McDonald's essen und bestimmte Bücher aber auch konsumieren, aber die es schafft, uns als globale Menschheit überhaupt in Kontakt zu bringen, globalen Handel zu organisieren, sodass wir uns tendenziell kennenlernen und er meinte, wenn das gelungen ist, dann beginnt der dritte wichtige Schritt, was ja dann die innere Transformation nennt, denn nun sind wir ja quasi im äußeren Mensch geworden und nun käme es darauf an, im inneren Mensch zu werden und das ist also die Epoche, die er meint, die begonnen hat und um die es aber für die Zukunft eigentlich geht, weil sonst eben die aus der wirtschaftlichen Epoche erwachsenen Probleme, im äußeren, die ökologischen, im inneren, die seelischen nicht anders lösbar sind. Und Scheler, weil heute auch schon der Begriff Geist fiel und er noch mal auftauchen wird, fand übrigens auch eine ganz für mich interessante Erklärung, was Geist sozusagen in menschlicher Kompetenz bedeutet und zwar erbrachte es, ich glaube in dem Buch über die Form der Empathie auf dem Begriff Geist ist übersetzt in menschliche Kompetenz die Verbindung von Liebe, das Wort viele heute schon bei Böhme, und Wissen, das heißt, die Fähigkeit der Empathie, der Liebe, der Bezug zum Anderen zu verbinden mit der Klarheit des Bewusstseins. Und wenn das zusammenkommt, meint, dann entsteht eine Kraft, eine Inspiration, eine Wirkung, die man als das definieren kann, was so philosophisch, irrational, so als geistige Realität betrachtet, bezeichnet wird. Gut, in diesem Sinne, jetzt bezogen auf diese neue Epoche der inneren Transformation, gibt es heute weltweit ein paar spannende Ansätze, Bewegungen. Das eine ist erwachsen aus einer bestimmten spirituell-philosophischen Richtung, kennen wir nicht vielleicht, der Gründer hieß mal André Kohn, die haben eine Zeitrift gegründet, Wort ist Enlightenment, was ist Aufklärung, inzwischen ist die umbenannt, heißt die E-Wolf, Magazin für Kultur und Bewusstsein, aber sie haben eine spannende Zeitachse der evolutionären Spiritualität gemacht und die beginnt spannenderweise mit Jakob Böhme. Als der erste Denker, der also in das Denken, in das Bewusstsein brachte, dass Geist etwas ist, was sich selbst entwickelt, was mit menschlicher Erkenntnis zu tun hat und wie gesagt, der erste, der das dachte, zumindest laut ihrer Zeitachse, hieß Jakob Böhme und wurde gefolgt im Landdeutsch Denker wie Leibniz, Kain, Fichte, Schelling, Hegel, Tehade, Schardong und so weiter und so fort. Gebser tauchte auch auf, bin ich schon nannte. Es gibt eine zweite ähnliche Tendenz, auch vor allem in der USA beheimatet, die nennt sich Conscious Evolution. Das heißt, die zum Bewusstsein ihrer selbst im Menschen kommende Evolution. Es tauchen auch wieder dieselben Namen auf, aber es wie gesagt eigentlich noch zwei getrennte Strömungen sind, die erst gezeigt wurden, aber sie sagen eigentlich dasselbe, haben sie noch nicht zueinander gefunden. Die Grundthesen sind, wir Menschen sind uns entwickelnde Wesen in einem sich entwickelnden Universum. Es gibt in uns eine leise innere Stimme oder Sehnsucht, dieser universellen Evolution oder manche sagen Stimme Gottes, die wir so in unserer Tiefe, weil wir ja Wesen aus der Evolution geworden sind, hören können und welche letztendlich Grunde sind aller religiösen oder aller religiösen Ethiken. Aber das Bewusstwerden dieser inneren Stimme oder dieses Evolutionären Selbst als Grund der eigenen größeren Sehnsüchte befreit Menschen aus kulturellen Konditionierungen aus Ich-Ängsten und befähigt sie also zu einer außergewöhnlichen Ich-freien Kreativität. Hier nochmal kurz eben versucht ein bisschen zu erläutern was ist das Neue was meint dieses Evolutionäre Selbst So wir kennen in unserer denke ich modernen Kultur zwei Ich- oder Selbstbegriffe wir haben hier unten sagen wir das uns gewohnte westliche Ich-Ego der Mensch der sich befreit hat aus Stammesverbänden aus Religionen es geschafft hat irgendwie zum Bewusstsein seiner selbst zu kommen und nur mit allen Mitteln die er zur Verfügung hat versucht dieses Ich zu bewahren das oft noch eben wie Psychotherapie sagt mit vielen Panzern behaftet ist und dass man versucht durch die Anhäufung von Mitteln von Dingen von Besitz irgendwie gegen die Welt zu verteidigen um diese innere Freiheit ja zu bewahren und nicht zurückzufallen in einen mythischen Urgrund in Gruppenabhängigkeiten also das moderne Ich oft eben noch mehr eine negative Schutzstruktur um nicht wieder sein geringes Licht des Bewusstseins zu verlieren und es gibt eben als Gegenbewegung lange Zeit eben das östliche Yoga Meditation Modismus das Transcendente Selbst was also Menschen sozusagen auf das Gegenwehr gegen diese starke Verhaftung in ihrer Angst in ihrem Ego als Weg sehen um sich davon zu befreien indem sie sich der Welt abwenden und ihr Ewiges Inneres Stilles was auch immer sich begeben und es gibt aber das finde ich das Spannende eben den Ansatz dass beides nicht die Lösung ist dass es eine dritte Qualität gibt das Evolutionäre Selbst dass also im Menschen wie gesagt diese Stimme der Evolution oder der Schöpfung wie man das nennen mag wohnt die im Menschen zu sich kommt der Mensch also dasjenige Wesen ist in dem Evolution Schöpfung zum Bewusstsein ihrer selbst kommt und insofern etwas Neues entsteht etwas Unneues wie Max Scheler auch sagen würde weil damit er Neues oder Heidegger nannte das Ereignis etwas in die Welt tritt das vorher nicht da war Evolution geschah auch vorher schon kultureller aber erst in dem der Mensch sich erkennt als einen verantwortlichen Mitschöpfer so ist eine neue Qualität dieser Evolution möglich und erst dadurch auch erwacht der Mensch in gewissem Sinne zu sich selbst also was Ralf Kleidold früher beschrieb erst an diese Stufen die nach dem vierten Schritt eintreten dass also der Mensch dann überhaupt erst anfängt zu begreifen was er ist also jenseits seiner Ängste materiellen Interessen dass also diese Sehnsucht die man immer auch schon irgendwo spürt die aber kulturell entweder religiös eingefangen wurde oder im Modernen verdrängt wird dass die dadurch eben eine bewusste Qualität bekommt und ich finde nach wie vor diesen Begriff das evolutionäre Selbst oder Selbstbewusstsein momentan den geeignetsten auf dem Markt der Begriffe um das irgendwo auszudrücken diese neue Qualität an ihn anschließend gibt es gibt es auch eine Gapser Gesellschaft aber einer davon ist Alan Combs den kenne ich auch der lehrt in San Francisco am Kalifornien Institute of Integral Studies und der gibt eine Zeitschrift daraus die heißt nicht zufällig Journal of Conscious Evolution obwohl er wie gesagt mit den anderen genannten Strömer eigentlich nichts zu tun hat aber hat den selben Namen definiert nicht zufällig wahrscheinlich und in einer der letzten Ausgaben 6.2012 findet sich also auch ein Beitrag Conscious Awakening auf ein Intuitive Mind und letztendlich geht es darum unter anderem um Jakob Böhme und eine spannende Stelle habe ich jetzt nur hier rauskopiert also Böhme und die Intuition Böhme sagt er kann sozusagen das Chaos benutzen im Universum das heißt in anderen Worten er kann Sinn konstruieren er kann sozusagen Muster aus dem Chaos heraus gebären und das ist genau das was die heutige Chaos-Theorie beschreibt also insofern dass die Welt oder das Universum oder die Intuition im Grunde ihrer Dinge eigentlich Energiemuster sind Schwingungsmuster und dass der Mensch also Kraft seiner sagen wir mal geistigen Energie in Resonanz steht damit und das also Tatsache von seiner Aufmerksamkeit von seiner Entscheidung abhängt welche Energiemuster er verstärkt oder nicht und also selbst auf dieser Ebene also Böhme sozusagen in der Bar der etwas geahnt hat intuitiv dass also Tatsache der Mensch mitgestalter der Evolution auch diesen ganz physikalischen Sinn ist dass also nicht bloß jetzt geistig wenn man geistig quasi jetzt nur etwas etwas Seltsames denkt man es auch auf die physikalische Welt runterbrechen kann dass Tatsache die menschliche Energie des Bewusstseins im Sinne der Quanten oder Chaos-Theorie unmittelbar Einfluss hat darauf wie sich die Energiemuster am Grund der Dinge sozusagen ordnen das ist also Tatsache der Mensch in diesem Sinne mitbeantwortlich ist mitentscheidet wie sich die Dinge entwickeln also insofern fand ich aber spannend dass also Böhme auftaucht in diesem Journal of Contest Evolution also auch wieder nicht ganz zufällig auch nicht beabsicht aber es hat mich erstaunt und erfreut gut damit komme ich jetzt zum Schluss meiner wenigen Ausführungen weil es sollte ja heute jetzt im Nachmittag darum gehen wie können wir jetzt in Görlitz Jakob Böhme also ein Stück wieder zum Leben erwecken das Denkmal kennen wir wahrscheinlich das steht da so relativ verloren im Park das Bild bringt nochmal schön auf den Begriff was auch Kleiderhals sagte also hier in diesem vierten Schritt im menschlichen Herzen wo also dann die Liebe erwacht sozusagen Außenwelt Materielles und Innenwelt eigentlich sich verbinden also im Menschen entsteht diese Verbindung und das ist nochmal ein Bild aus diesem Conscious Evolution Zusammenhang dass Mensch also auch die Erde wurde schon mal erwähnt wie der Mensch einen Blickpunkt bekommt und da diese Resonanz in der neuen Qualität möglich wird und sodass die Frage also wäre wie könnte es gelingen in Jakob Böhm in diesem Sinne und das ist deshalb nicht in Form eines Museums was ihn irgendwo eben versucht so als mittelalterlichen Denker oder christlichen Mystiker irgendwo hin zu verbannen was keinen weiter interessiert sondern diese Aktualität von ihm irgendwo hier in Görlitz eben sichtbar erlebbar zu machen das wäre also Vorschlag zu überlegen ob uns da etwas einfällt in dem Sinne was er auch so schön auf den Begriff gebracht hat also jetzt nicht vielleicht um eine neue Struktur geht sondern das was er so schön als Freundeskreis nannte wie Menschen Freude haben können zusammenzuwirken in diesem Sinne was auch für sie selber irgendwo Inspiration und Bereicherung und Freude ist und auch nicht ganz zufällig eine kurze Idee die erst irgendwie mit dem heutigen Tag zu tun hat und zwar irgendwo begann ja der heutige Tag letzten November bei der Transformationstagung in der Hochschule als Doris Clara mitbrachte und wir uns danach in Vomritz trafen und eben überlegten so einen Jakob Böhne Tagung zu machen wiederum schlug ich dann glaube ich vor das bei ihr Bahnhof zu machen weil wiederum unerdeckt davon hatten Franz, Peter und wir überlegt ein Bahnhof könnte auch so eine Art philosophischer Ort entstehen und nun brachte also Evelin ihre Objekte mit und Jürgen Hoppmann brachte die Videos mit sodass dann irgendwie die Idee stand warum fangen wir nicht hier einfach an warum nehmen wir nicht diesen Raum weil sie sagte sie hat in 66 Jahren gepachtet und er ist halt die meiste Zeit ungenutzt und trotzdem ideal gelegen hier am Bahnhof drüben ist dieses nette Bio-Kaffee also heute man auch Natur und Geist was sich hier begegnet also warum mich vielleicht die Idee verfolgen ob hier nicht erstmal der ideale Ort wäre um anzufangen also hier so eine Art Jakob Böhme Begegnungsraum Ort sozusagen einzurichten in diesem Sinne das war jetzt mein Vorschlag zu überlegen ob das sinnvoll ist wie man das Kind nennen könnte und wer von den Anwesenden Lust hätte wie auch immer dazu beizutragen bei der Entwicklung der Inhalts oder auch wir brauchen dann ein paar Leute die dann wenn der Raum offen ist hin und wieder sich ein paar Stunden hier reinsetzen und sozusagen aufpassen dass sie also es werden dann viele Möglichkeiten sich zu beteiligen das war jetzt der Impuls der sagen wir mal sich aus dem Tag herausgeboren hat den ich insofern aber spannend fand weil das vielleicht kein Zufall ist ja soweit meine Impulse Vielen Dank.